Da ist nun einer schon, der Satan selber, der Metzger, der und alle anderen Kälber, der frechste Hund, der schlimmste Hurentreiber, wer kocht ihn ab, der alle abkocht. Mein Lieber, das fragt nicht, ob er will, er ist bereit, was ist die sexuelle Hürigkeit. Er glaubt nicht an die Bibel, nicht ans BGB, er meint, er ist der größte Egoist, weiß, dass wer neidzieht, schon verschoben ist und lässt kein Weib in seine Nähe. Er soll den Tag nicht vor dem Abend loben, denn vorerst Nacht wird er wieder droben. So mancher Mann sah manchen Mann verrecken, ein großer Geist blieb in der Hure stecken und dies mit Abzahn, was sie sich auch schworen, als sie verreckten, wer begrub sie Huren. Das fragt nicht, ob sie wollen, sie sind bereit, das ist die sexuelle Hürigkeit. Er glaubt nicht an die Bibel, nicht ans BGB, ein Mann, ein Christ, ein Jud, ein Anarchist. Am Mittag zwickt man sich, dass man nicht sehr recht frisst, nachmittags weiht man sich noch der Idee. Am Abend sagt man, mit mir geht's nach oben und vor dem Nacht her fliegt man wieder oben. Da steht nun einer fast schon unter Galgen, der Kalb ist schon gekauft, ihn reinzukalken. Sein Leben hängt an einem frischigen Pädchen, und was hat er im Kopf, der bursche Mädchen? Schon unter Galgen ist er noch bereit, das ist die sexuelle Hürigkeit. Er ist schon sowieso verkauft, mit Hand und Hand, er hat in der Hand dem Judaslohn gesehen. Und sogar er beginnt nun zu verstehen, dass ihm das Weibesloch, das Grabloch warnt. Und wir machen Flüten gegen sich und stoben, bevor in Nacht wird, fliegt er wieder droben.